So, da sind wir auch wieder, und wir gehen wieder zu Klapperklaus hier. Äh, ich mach's doch mit euch. Also es war ein bisschen nervig, die letzte Phase. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier diagonal Spaß haben können. Was uns, glaube ich, manchmal alles retten wird, weil er zwei hintereinander gehen muss. Okay, die geht ja noch. Die ersten beiden, finde ich, die gehen noch. Ich muss gerade Pause oder irgendwo gerade einen Schluck trinken. Ähm... Oh, ich muss den Weiß. Ah, es ist Weiß. Schon immer was denken? Ah... Nein! Okay, das Fällen fängt schon wieder an. Aber wir sind mit einer Minute 30 doch schon ganz gut. Oh, war knapp. Okay, und... Okay, und... Wo ich ja versuche, auszutricksen, über zwei zu gehen. Oh mein Gott! Die Kamera! Ah, die miese Ratte. Ich hätte so schlimm, wie wir weiterfliegen können. Ah, das ist blöd, wenn die Kamera sich komplett einmal drehen muss und wir da natürlich mit dem Controller in die... gegen diese Zeichnung dann wieder fliegen. Jetzt müssen wir sich mal gucken, dass ich Klapper Klaus hier mal ein bisschen abhänge wieder. Ich muss mir ja nur ein Feldvorteil schaffen. Nimm mal. Ein kurzer Moment. Das mache ich gerade auch hier. Möchtest du nicht stehen bleiben, Klapper Klaus? Das war mies. Okay, dann muss man das vorher leicht abbrechen. Aber da auf jeden Fall. Okay, blöd, 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 blöd. Aber ich glaube, ich habe eine gute, gute Hoffnung, dass es klappt. Also wir stürzen jetzt auch tausendmal ab. Da machen wir auch 20 Minuten. Ich würde ihn gerne besiegen. Aber meine Folgen doch schon lang sind. Zum einen langen Aufnahmesession. Und ich war gerade auf die Ruhe schaue. Ich möchte gerne was alle legen. Im Schritt, glaube ich. Ja gut, ich habe mittendrin was gegessen. Ah, die alten Grafik-Bugs. Klapper Klaus? Nein! Und er hat es geahnt. Deswegen ist er schon klein geworden. Klapper Klaus, können wir nicht... Einfach so machen. Ah, du kleine Sau. Dass du jetzt irgendwie einen Fehler machst und ich gewinne. Das war jetzt zweimal, glaube ich, noch dreimal. Dreimal, glaube ich, noch. Wir haben noch eine volle, herzhafte Melone. Ach komm, das ist halt, ich glaube an den beiden äußeren, wenn ich von innen nach außen will, ist es ein bisschen wie es diagonal zu fliegen. Aber sonst geht es ganz gut mit dem diagonal fliegen. Das ist hier nur, wenn ich von innen nach außen will. Aber Klaus, möchte ich nicht stehen bleiben? Mies gelaufen. Wir hatten es fast geschafft, hatten aber nur die falsche Plattform, wo wir drauf standen. Hat die Sau schnell auch mal. Hatte ich wieder abgeholt. Du, 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 du... Klapper Klaus, bleib schön. Das ist ein Nitz. Nice. noch mal ich dachte ich könnte durch schnell schade er ist blau das weiß ich konnte mich treffen die sau das ist der gegner wie gehe ich einen tierisch auf den keks mit seiner komischen lache und diese rumgespringe sondern dass das nicht nur eher nervig ist sondern teilen die auch mit sein klappe klaus Ah. Dich. Hab ich getroffen. Bitte die 9.5. Ah. Was denn jetzt? Ah, endlich. Ich sehe nichts. Ah. Ich sehe nichts. Ah. Alter, was? Wo ist denn jetzt unsichtbar? Können wir das mal bitte an erklären? Können wir das mal bitte an erklären? Ah. Ah. Ist ja noch nerviger geworden. Ach, come on. Es ist ein bisschen nervig. Ich mache noch einen kurzen Cut. Werde es vorbereiten. Und wir sind es. Dann gleich wieder. So, da sind wir auch wieder. Und diesmal. Bin ich wieder bei unsiegbaren Klapper Klaus. Er ist total schnell. Und äh. Ich weiß nicht, wie ich dem hin kommen soll. Also ich hab. Volles Leben. Wie man sehen kann. Ob jetzt glaube ich. Drei Versuche gebraucht oder so. Und ich glaube. Du mein Freund. Bist tot. Bye bye. Oh mein Gott. Donkey Kong. Sie kann Banane. Keine Banane. Keine Banane. Ich will noch eine Banane. Donkey Kong. Hm. Huh. Haben wir geschafft. Ich würde sagen. Save. An exit level. Ja. Normalerweise müssten wir noch weiter machen. Aber wie gesagt. Ich würde erstmal. Kurzen Cut für mich persönlich machen. Also schon ziemlich spät. Von den Aufnahmen her. Ich gebe jetzt auch. Äh. Den Schlüssel nach. Und hinab. Dann haben wir es auch. Dann haben wir vier Schlüssel schon weg. Und können bei der nächsten Folge. Wieder weiter starten. Also nochmal zum Schluss. Da oben bisschen aufräumen werde. Den Tour machen werde. Die erste. Also die halbe. Dreiviertel Stunde. Gucken. Die erste. Für's nicht. Komm. Maher. Na gut. Ich häng das an dem anderen dran. Ich mach das. Ein bisschen zusammenschnitt machen. Wie immer. Und deswegen würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Vöcher B. Und. Cheers. Bis zum nächsten Mal.